Okay, ähm, kommen wir hier dran? Ich will ja nicht an zwei Fronten gleichzeitig kämpfen, aber mit Saka könnte man ein bisschen was machen, ne? Deswegen gehe ich hier das Risiko einmal ein und greife jetzt an zwei Fronten gleichzeitig an. Was soll das denn, ne? So, komm her. Hier, immerhin. Ähm, ja. Falte Ziel. Würde ich sagen. Ja, das ist jetzt klar, aber es fände mir doch richtig wehtun, weil Malus auf Esslinge wird effektiv werden. Ja, doch nicht. Bisschen überraschend. Muss ich mal sagen. So. Komm wir noch nicht hier dran, ne? Da komm wir noch nicht dran, deswegen gehe ich da ein bisschen weiter außenrum. I will also beahe I will. Not if I can help it. Ja. Dann gehen wir da hin. Dann gehen wir da hin. Ich will aufpassen. War noch nie dran, ne? War ja auch leider klar. Ich komm zu nah an den, ne? Der kann doch sicherlich dann auch irgendwo was machen. Ich werde mich jetzt hier... Ich werde da nicht hinterherlaufen. Ich werde jetzt diesen Fehler nicht machen. Ich werde diesem Vieh jetzt die Möglichkeit geben, wieder rauszukommen. Oder... Ich muss es wieder anweser gesagt. Ich locke es wieder an. So. So. 137. Oh, scheiße. Das ist so zu stark. Ja. Ich muss halt nochmal... Fakra machen. Keine Möglichkeit. So. Ja. Wenn ich nochmal 7 sind, wenn ich nochmal das mache, dann... eine gute Chance, dass ich den soll kriege. Ja. Mach das mal. Aha. Jetzt kommt er da an. Das ist ja ganz trage. Das ist ja ganz tricky. Aber geht dir direkt dahin. Ah nein. Jetzt ist gerade diese Wirkung vorbei. Scheiße. Ja. Ich habe ein bisschen Pech gehabt. Da haben wir jetzt ein bisschen Pech gehabt. Muss man ja mal sagen. Weil es ist gerade die Wirkung vorbei. Es ist gerade die Wirkung verwirkt. Ähm. Jetzt kann ich mich auch hier hinstellen. Es kommt gleich nicht mehr dahin. So. Ah. Glin immer ein bisschen... ein bisschen Medizin bitte. Er schließt gerade zu ihr weg. Natürlich. Wie mache ich das jetzt? Ich kann jetzt... da ran. 244. Wen kann ich denn nehmen? Nina? Nein. Nina ist schon... Rainer könnte ich gebrauchen. Aber Rainer hat... Ja. Das sollte doch eigentlich reichen, oder? Jebi Sun machen wir denn. 117. Ich wollte eigentlich reichen mit zwei Leuten, ne? Da kann ich leider nichts weitermachen. Ähm. Wie sieht es hier aus? 76. Manus wird geschützt. Manus ist geschützt. Das heißt... Ich bleib einmal hier stehen. Bleib mal hinter. Ähm. Kann ich nichts machen, ne? Ne. Kann ich nichts machen. Ich muss von vorne angreifen. Ich riskiere es. Wer nicht wagt, gewinnt nichts. Dann erfählen wir alles, oder wir gewinnen. So sieht es aus. Ja. Ja. Ja, los. Drauf da. Jawohl. Problemlos. Ich bin mir da nie so sicher, ey. Ich trau... Ich trau mal einen Leuten nicht. So. Ja. Level ab. Rainer hat auch dabei. Dann kriegt er auch noch einen Class Change jetzt. Ne. Rainer kriegt noch keinen. So. Jetzt können wir nochmal... Zaka. Sollte eigentlich 67 hier geben, ne? Wissen wir ja. Jawohl. So. Jetzt... Natürlich rückt ihn natürlich Feuer an. Soll er sich bewegen. Soll er sich bewegen. Ach, kann er zwei, beide angreifen. Ist ja natürlich sehr dämlich gewesen. Dämlicher Gedanke. Ja, hätte ich mich mal schrägchen stellen sollen. Ja, das war so doof. Das war so dämlich. So, was mache ich denn mit dem Typen hier? Ja. Verrundbar gegen Malo, Zaka. Schlagangriffe. Ja. Ich kann irgendwie mit den Büchern was machen. Ähm. Aber ich spreche noch gar nichts. Am besten wäre ja, wenn ich am D vorbeigehe. So, Dlin, du wartet erstmal. Du warte, du haltest dich erstmal. Du warte mal ab, bis die Blutung gestoppt ist. Also können wir wieder zurückgehen. Und jetzt haben wir die langer hier aus dem Weg räumen. Haben wir die beiden. Dann heißt, die beiden müssen wir nur noch töten. Also dafür muss man keinen Fehler erlauben, aber... Nein. Geh mal. Jetzt geh ich wieder zurück. Quasi den ganzen Weg. Dankeschön. Um. No. Genau. Sehr stärker als sie sind. Teigert schon? ready? Who do you think you are talking to? Ja. So, jetzt gehen wir lang an. Ja, der hat ja Nerven. Der hat ja Prisle Humor, ne? So, okay. Jetzt müssen sie eigentlich locker reichen. Mit beiden. Bam. Jawoll. Erwischt. Okay. Wir haben auch den Weg geräumt. So, das heißt... Das heißt, ganz gut. Das heißt, dass wir das gut gemacht haben, ist ja, würde ich so sagen. Aber ich bin immer noch nicht ganz sicher, wie das jetzt gemeint ist, von wegen erst zuerst töten. Darf ich die jetzt fangen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich fürchte, wenn ich die jetzt umbringe, dass da der ganze Kampf vorbei ist. Aber wissen tue ich es nicht. Vielleicht... Ich werde jetzt trotzdem erst versuchen, alle zu fangen. Das heißt, auch die beiden. Dann werde ich die zuerst schnappen und dann werden wir mal sehen, was passiert. Ich habe ja eh keine andere Wahl, ne? So, bleib... Bleib mal bitte. Bleib mal. Okay, können wir eigentlich mal ausrücken. Vielleicht mal ausrücken. Ashley ist der Dreck hinter uns. Ja, am besten machen wir es sowas so, dass wir mal zwischendurch nehmen. Dann sollen wir uns noch ein bisschen hinstellen hier. Kommen wir nicht mal hin. Ist ja doof. Na, immer die beiden, meinetwegen. So. Okay. Wie sieht es damit aus? Ja, die sind jetzt wieder gut. Ähm, können wir uns ja mal... ...rundig... ...hier hinstellen. So, und hier bleibt jetzt auch mal stehen in dieser Runde. Vivian ist schon... Eigentlich sind wir so weit nach vorne, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Platz. Also wir können da hingehen und da warten wir erstmal. Also wir werden... So, jetzt kommen die beiden nach. So... Erbis... Ja, ist noch nicht so stark verletzt, aber... Mal wieder auffüllen. So... Ashley... Sollte wieder viel besser gehen. Ja. Dann können wir uns auch fortbewegen. ... ... ... ... Take care of it! I'm fine! A bit overprotective? Shut up! So... Okay... So, müssen wir auf ihn aufpassen gleich. Und an Pech, machen wir beide gleichzeitig die Wache. Wobei, der ist ja eigentlich näher, ne? Das heißt, wir sollten vielleicht den am besten erst wegräumen. Auch wenn wir natürlich da in seinem Radius kommen. Aber wir sollten uns am besten mal hier hinstellen. Ähm... Mach das mal, stell dich mal. Ist das doch nicht schon? Nee, da muss ich hin. Stell dich mal da hin. So, dann werden wir alle da durchschleusen. So, haben wir wieder dabei. So... Diese Kernzern will ich noch nicht wecken. Die will ich noch nicht wecken. Also... Aktivieren, besser gesagt. Ah, er wird aktiv. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Ja... Klar. Aber nicht so effektiv, mein Lieber. Das ist nicht so effektiv. So... Beste wäre so, wenn er jetzt mal... ...herkommen würde. Das wäre das beste. Dann zieh dich mal ein bisschen... Nee, geh mal... Ein, zwei, 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 zwei dahin. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja... Wie sieht es von dem, der Radius aus? Im Grunde genauso. Ja... Das Problem bei dem ist... Wir dürfen uns da nicht hinbegeben. Weil irgendwie drauf schießen kann. Ah... Das heißt, da ist immer tabu. So... Kann ich nur hinziehen? Könnte ja funktionieren. Ja, es könnte funktionieren. Es funktioniert sogar. Cool. So... Okay. Ah, guck mal. Guck mal an. So... Der ist noch inaktiv. Das ist das... Das ist die beste... Das ist die beste Nachricht des Tages. Ja, Tobi. Nicht an den letzten Gegnern scheitern hier. Ach ja... Komm mal lieber an... Komm mir lieber näher. Aqua 1. Mit diesem Ding tanzt. Jetzt geht das noch weg, ey. Das gibt's ja nicht. Jetzt geht das sogar weg, ey. Das scheiß Idiot. Ja, super. Ja, super. Ah... Ich kann momentan nichts weitermachen, ne? Außer mich ein bisschen... Zurückziehen. Ich will ihn ja dazu bringen, dass er uns wieder näher kommt. Ähm... Ich geh jetzt mal hier komplett dahin, wo wir angefangen haben. Ist das ja fast. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, eben war er hier, ne? Und dann 24. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Fehler gemacht habe. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Fehler gemacht habe. Ich hoffe mal, dass der. So. Ja. Es hat funktioniert. Gut. Jetzt habe ich hier nur noch... Nur noch ungefähr... 70 Minuten, die ich jetzt noch schaden mache. Das heißt... Sie könnte ihn erledigen. Allein. Ja. 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 Arschloch. Ich geh natürlich noch einen weit. Noch einen Schritt. Ich weiß gar nicht, wie man den... wo wir ihn nie angreifen können. Wir können immer von zwei Seiten packen, glaube ich. Müsste eigentlich immer gehen. Äh... Ich warte aber ab. Mach mal gar nichts. Das macht jetzt Weiner ganz alleine. Ja. Ja. Aber keine Wahl. Ich kann nur von dort schießen. Sollte eigentlich reichen. Auch abgesehen davon, dass ich dann... mal da hinkomme, ne? Muss ich dann wieder an der... muss ich dann da lang rum, ey? Ach, du meine Güte. Weißt du was? Du kannst mich mal. Tschüss. Er kann mich jetzt mal. Ich will nämlich... da nicht abschießen. Ich warte dann mal ab. Bleibt ja inaktiv. Das gibt's doch gar nicht. Bleibt ja inaktiv. Nee, das ist da jetzt nicht so gedacht. Scheiße. Aber ich will den nicht da... Wenn ich den da weg... Wenn ich den jetzt abschieße. Wenn ich den jetzt da... Ja, bewegungsunfähig mache. Ich kann ja runter? Ich kann hier auch runter. Okay. Ich weiß nicht, ne? Dann ist das gar nicht mal so schlimm. Woher gehe ich wieder da hin? Dann schiege ich sie doch weg. Was soll's? Komm her. Ja, go away. Okay. So. Okay. Dann geht das doch. Wenn ich da runterkomme, ist das doch nicht so schlimm. Nur, dass wir dann sowieso zwei Wege nehmen müssen, ne? Wahrscheinlich nur wieder hier hoch später. Um dann den zu erwischen. Aber naja, egal. Wir haben ja Zeit. So. Wen haben wir den auf dem Weg geräumt? Es bleibt nur der. Wie sieht's mit dem aus? Oh, das brauche ich für den nochmal. Wind. Wasser haben wir nicht. Ja. Geh mal da hin. Ähm. Es war ja bitter. Da. Dann wollen wir uns immer zu Gemüte führen. Obwohl, hier kommen wir auch noch hier lang. Aber wenn wir da wieder hochkommen, dann runtergehen. Was weiß ich nicht. Ähm. Wie wir. Ja. Ich muss immer dazu ziehen, dass er sich mal anders hinbegibt. Komm ich denn da, komme ich dran. Das ist gut. Hm. Da bleib ich auch mal so hin. Ja. Alles hier in einer Reihe. In einer Reihe. Bitte. Alles hier in einer Reihe. So. Komm her. Guck mal den ab hier. So. Na. War gar nicht mal so schlecht, ne? Ja. Jetzt schießt er auf. Esli. 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 Mhm. Soll er ruhig machen. Ähm. 123 wahrscheinlich zu stark, ne? Ja. Klar. Ähm. Zack. Rund. Ein bisschen. Dann mach das mal. Das war gar nicht so effektiv. Muss man ja. Muss man leider sagen. 85. Ist zu stark. Terra? Wie sieht das aus? Terra? Null. Neues gelernt. Piercing Art. Aha. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. 48. Ja. Er hat gebrochene Knochen. Man kann ja gar nicht mehr fliegen. Ne? So. Der müsste eigentlich noch gelevelt werden. Nur Level 12, oder? Alle Level 12 mittlerweile. Ja gut. Ähm. Elvis und Ding und Esli sollten uns noch hinkriegen. Natürlich kommt aber auch Feuer dran. Hilfen. Bis dir. Ja. Ja. Na dann.